Was geht ab, Leute? Ich bin hier gerade am Tanken. Ein guter Preis, würde ich mal sagen. Und 1,19. Was geht ab, Leute? Ich bin hier mit Mike, dem beschollenen Sohn, von der Brust-Party, verabgehauen ist und nie mehr wiedergekommen ist. Oh, sorry. Jetzt endlich nach Rennen. Wow, das ist ein total Crocodile. Nach so langer Zeit im Norden Territory und so viel Suche nach einem Crocodile. Hab ich wahrscheinlich eins gefunden. Das sieht schon bloody Hardcore aus. Fuck yeah. Ich hab da fucking weh gewohnt. Da dachte ich gerade, der Baum wäre ein Krokodil. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Das sieht voll geil aus. Das sieht voll geil aus. Das sieht voll geil aus. Ja. Sag etwas zu der Kamera. Wir werden gleich 10 Meter lang wie es einfach da oben hier sehen. Streichen. Drei Stück hintereinander. Streicheln alle. Streicheln. Ich werde mit einem schwimmen. Er wird aus seinen Zähne flaschen. Oder? Natürlich. Mit welchen Zähne dann flaschen? Normaler. Normaler Bruder. Das war ein Hammerheiz. 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 Hat gar keinen Bock Bruder. Nee man. Er ist voll demotiviert. Das war ein Hammerheiz. Die sind überall. Die umziehen uns. Die umziehen uns. Die wünschen heftig auch Bruder. Habt ihr das gesehen? Ein Krokodil. Das war ein Krokodil. Das war ein Krokodil. Bei dir die ein Flieger aufgestellt. Und da hind ein bisschen interaktion mit Adler ja great interaktion crazy she is some animal speaker come on still man fuck yeah like that one now excellent you too ok ready k k Ich wusste gar nicht, dass hier ein Nilpferd erleben. Guck mal, jetzt wollen die aufmucken, Alter. Ja, was? Die wollen wirklich aufmucken. Digga, die mucken, Alter. Die mucken. Die mucken. Fuck. Ey, Digga. Guck mal, zwei gegen zwei. Zwei. Zwei gegen zwei, Digga. Zwei gegen zwei, Bruder. Komm.